Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. So. Äh, der Film im Kleid. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Okay. Ich sehe Haare. Was passiert, wenn ich jetzt nicht drücke? Danke, Spiel, dass ich mitspielen darf. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten zehn werden wie bei Nani verwendet. Sobald zwei Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Okay. Danke, Spiel, dass ich zehn Karten legen darf. Und Spiel. Warum zur Hölle machst du das nicht für mich? Und die letzte Karte. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Was? Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Hm? Du willst mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, ich will. Indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Das sind wir. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze. Was? Nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für zwei Karten entscheiden. Los geht's. Ich behaupte, es ist völlig egal, was wir ziehen. Aber wir nehmen die drei und die acht. Der Wagen. Warum drei und die vier? Warum drei und die vier? Der Tor. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Das weiß ich auch. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut an Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Das klingt so, als hätten wir Martha gekillt. Das klingt so, als hätten wir Martha gekillt. Der Teufel. Oh. Ähm. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben, und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Oh. Der Glaube schwankt. Der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter. Und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit gefangen. Der Narr. Oh, hier haben wir wieder Phasmophobia am Start. Ähm. Acht haben wir schon. Neun. Der gehängte Hackingman. Nein! Die Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Machen wir ruhig Hoffnung. Die Erinnerungen lassen sich im Stich. Sie sind deine einzigen, wahren Gefährten. Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Die hohe Priesterin. Wiedergeburt. Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter. Macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Ja. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Hm. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Was für ein Sohn. Okay. Mutter, Haus, Kind. Ist klar. Wird dann selber Haus. Klar, wird dann in dem Sinne. Kriegt sie selber Kinder. Wer? Der Freund vielleicht? Der Freund? Der selber gestorben ist jetzt? Nein. Welcher Sohn? Hey. Let's go. Der Tod. Der Sterb. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Ja. Aber ich kenne die Antwort nicht. Was? Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Du bist mir eine große Hilfe. Ja. Ja. Weg. Hm. Ich wollte schon eine Vermisstenanzeige nach dir aufgeben. Schwangerschaft wurde schon mal thematisiert. Ist so. Bin ich da jetzt gerade? Kann ich mich bewegen? Ui. Ich bin... Wieso bin ich... Ich frag besser nicht. Ich bin ein Fisch. Blub. 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 Komm niemals durch die Vordertür. Blub, blub. Wenn du zum Herzen möchtest. Blub, blub. Ich will nicht nach oben. Hahaha. Wir sollten den Film entwickeln. Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Und wir sollten... Tauchen. Oh, hi. Ui. Fischis. Danke, Homages. Ich weiß nicht, ob ich zurück schwimmen muss. Also, ich bleib so lange hier. Ich bin irritiert. Vielleicht ein bisschen. Hanging Man. Da ist jemand erhangen. Ja. Möchtest du... Ah, ein Schlüssel. Warum auch nicht? Ob ich abgenommen habe? Vielleicht ein bisschen. Danke, Nuno. Hm. 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 Das Gespräch mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Das ist, glaube ich, das für das Tagebuch von Martha. Würde ich jetzt sagen. Sind wir... Hab ich da... Ich seh, du Brüste. Okay. Didi-didi-didi-didi. Ist der Schlüssel zum Tagebuch? Medizin. 16. Juli. Liebe Schwester. Ach, krass. Ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Krass. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Okay. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren. Also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Aha. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja. Aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Ach, krass. Okay, 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 okay. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt. Jetzt. Was hast du noch von mir geheim gehalten? Jetzt habe ich Bock. Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Ich auch. Ah, geil. Danke, Spiel, dass du direkt drüber gesprungen bist. Dankeschön. Ähm, hier. Ähm, da war doch auch noch was. Naja, okay. Let's go. Hallo, Julia. Hallo. Ich weiß, dass das absurd ist. Aber das bin ich. Und das ist meine Stimme. Wir sind auch in diesem Sinne gleich. Es ist wirklich offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen. Und du warst meine Stimme. Hä? Okay. Ich werde meine Bestimmung finden. Also möchte ich nicht, dass es noch mehr Geheimnisse zwischen uns gibt. Ja, rede. Ich muss dir sagen, dass ich bin. Ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen. Und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Hm. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Ich habe Fragen. Viele Fragen. Viele, viele Fragen. Also. Okay. Ich dachte, dass Julia schwanger war. Die weiße Frau war auch schwanger damals. Und wurde umgebracht von ihrem Freund, der sich daraufhin selber umgebracht hat. Aufgehangen an dem Baum auf der Insel. Also. Sind wir jetzt doch Martha? Martha? Also hat Martha der Mutter geschrieben, dass Julia schwanger ist. Und ist dann selbst als Julia in den See gegangen, damit die Mutter Martha killt. In dem Glauben, es wäre Julia. Er wurde aufgehangen. Sorry. Befi, du hast völlig recht. Richtig. Richtig. Es war die Mutter. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bewege mich mal weiter. Wir werden mehr Informationen bekommen. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist. Nicht ich. Nein. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Wir legen die Karte auf ihren Schreibtisch in ihrem Zimmer. Kurz nochmal Hi sagen. Juhu. Ja, ja. Kann ich das bitte jetzt hier? Ja, ja. So ablegen. Ablegen. Hier. Da so. Da. Hier. Hier. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. Und rannte dahin. Also ich versuche gerade zu rennen. Hier ist das Protokoll. Ich werde allein zum See gehen. Mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Oh, starker Tobak. Okay. Hallo, Julia. Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Das stimmt. Das stimmt. Es ist der 16. Es ist der 16. Wir sind... Das ist der Tag, wo wir sterben. Oder Martha. Oder Julia. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich habe wie immer verschlafen. Okay. Martha war nicht da. Und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Hm. In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. Hm. Ich beschloss einfach rauszugehen und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Okay. Ich bin rausgegangen. Ich beschloss die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Ja. Was ist eigentlich da drin? Okay. Bitte bring mich jetzt direkt zum See. Ich muss nicht wirklich jetzt zum See rennen, oder? Spiel. Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Für etwas Schreckliches. Danke. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Ja. Hattest du. Okay. Okay. Also es würde auf jeden Fall einige Fragezeichen weniger. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Ah. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. Okay. Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Nochmal, nochmal mal ganz kurz. Ja, ja. Martha war schwanger. Aber Julia hat geblutet. Ja, wir erinnern uns. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das alles so richtig funktionierte. Weil wir wissen ja jetzt, dass Martha auch sprechen konnte. Oh, wunderschön. Hm. Zumindest glaube ich das. Sag mich mal. Ich verstehe viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Hm. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Ja. Verstehe ich. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Aber, 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 aber. Lapo, oder der Freund von Julia, hat aber mit Martha geschlafen und mit Martha ein Kind gemacht. Nur mal, nur mal so zur Erinnerung. Ich sage euch, die ist schizophren. Ist alles. Weil Männer Schweine sind. Fast fünf deutsche Elite-Divisionen stehen den Truppen der achten Armeel gegenüber. Einheiten einer indischen Division überquerten auf einer breiten Front den Fluss Peser und rücken zwei Kilometer von Montelungo vor. General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo Artori. Telefonnummer 1185. Wir rufen da jetzt an. Wir rufen da jetzt an. 1185. Ich bin's leid. Wie sexistisch. Wie sollen sich denn Frauen jetzt verhalten? Eins. Eins. Acht. Fünf. So. Wie sollen sich denn Frauen jetzt verhalten? Ein anti-deutsches Propaganda-Flugblatt gefunden. Sag was. Das ist die Zivilisation, die unsere Kameraden... Ich hab keinen Grund, Papas Kommando anzurufen. Was? Interessiert mich... Danke. Ähm. Nochmal in Erinnerung. Lapo. Hat Martha geschwängert. Bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg. Und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6, 9, 3, 4. Lapo hat sie umgebracht. Lapo hat sie umgebracht. Einfach mal so eine Hypothese. Ähm. Komm, lass uns das schnell hinter uns bringen. Weissagung. Zack. Der Narr. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Ach ja? Der Teufel hat Brüste. Halten wir das auch mal kurz zuerst. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Tja. Das ist völlig richtig. Ah, mehr. Nochmal mehr. Okay. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Mhm. So. Wirst du was jetzt machen? Ich will jetzt wissen. Telegramm. Ich lege es in den Briefkasten. Schönen Tag noch. Jo. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Das ist eine gute Frage. Sie haben Post. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. nicht plotrelevant. Nicht plotrelevant. Weg.